Im normalen Leben sind Sie Zimmermann in Elsach, jetzt kommen Sie gerade aus dem Erdbebengebiet in Nepal zurück. Was genau haben Sie dort gemacht? Also vorübergehend ist da, dass wir ein Search-and-Rescue-Team sind, das heißt Retten in Bergen. Ich bin hier einer von mehreren OSAs, Onside Advisors, auf Deutsch sind Schadenstellenbegutachter in der ISA. Und wir waren da mit in anderen Teams, das heißt da waren die Engländer, die Franzose und noch mehr andere Teams waren dabei. Und dann sind wir in die Stadt gegangen, wurde aufgeteilt, ich glaube vier oder fünf Teams waren es, und sind dann an verschiedene Schadenstellen gegangen, haben die begutachtet, was sind das für Schichtungen, was ist da genau passiert, kann man da noch reingehen oder muss man so ein Haus komplett abreißen. Wenn Sie von Schadenstellen reden, wie kann man sich das vorstellen? Viele Gebäude, gerade in Kathmandu, haben sie zum Beispiel in der unteren Etage die ganze Zwischenwände rausgemacht. Und wenn so ein Haus in Bewegung kommt, dann bricht quasi der untere Stock zusammen und der Rest liegt oben drauf. Verschiedene Häuser sind nur nach hinten abgekippt, da hat sich einfach die Bodenverdichtung gelöst, dann ist das Haus nach hinten abgekippt. Dann haben sie ja kein, nicht wirklich Zement, die haben Steine auf Steine gelegt. Und wenn sowas natürlich in Bewegung kommt, fällt das gerade zusammen. Das sind einfach nur Schutthaufen. Sie sind in der BRH-Redux-Hundestaffel, hatten Sie auch Hunde dabei? Wir hatten auch Hunde dabei. Die ISA hat speziell geschulte Hunde für Auslandseinsätze. Unsere Hunde, wo wir haben in unserer Staffel, sind rein für die Inlandseinsätze hier. Und haben Sie auch aktiv nach Verschütteten suchen müssen? Wir haben auch gesucht, ja. Mit den Hunden und auch wir selber haben gesucht. Konnten Sie Verschüttete auch lebend bergen? Es wurden auch lebend, der Geborgen, ja. Sie hatten Geburtstag in der Zeit. Ja, wie war das für Sie? Haben Sie überhaupt ansatzweise gefeiert? Ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich meinen Geburtstag da feiern kann. Ich war total glücklich, dass mein Team mir dann Geburtstagskuchen gemacht hat. In dem Ganzen, wenn man eigentlich nicht an den Geburtstag denkt, wenn man alles drum herum sieht, was da passiert, war ich wirklich, wirklich glücklich. Die haben eine Scheibe Toast genommen, haben da Kekse drauf gemacht, eine Kerze mit rein. Das hat mich riesig gefreut, ja. Was war das Schlimmste für Sie an dem Einsatz? Ich denke, das Schlimmste für mich, unter anderem, da ich selber ein Kind habe, sind die Kinderaugen, die einen wirklich anschaue. So, auf die Art, du bist ein Gott, du hast doch bestimmt was für mich. Und man darf eigentlich nichts rausgeben. Selbst wenn man ein Stück Schokolade in der Hand hat, darf man es den Kindern nicht geben. Weil wenn man einem Kind was gibt, ruckzuck sind Hunde da und dann wird es für einen selber gefährlich. Und Eigensicherung geht auch in der ISA immer vor. Wie leben die Menschen jetzt dort? Also was ich jetzt momentan mitkriegt habe und auch selber sehe, die Leute gehen nämlich zurück in ihre Häuser. Die haben alle Angst, nachts da reinzugehen. Jede Freifläche, wo man da sieht, ist irgendeine Plane gespannt, irgendein Zelt aufgebaut, wo sie einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht drin verbringen. Weil sie wirklich Angst haben, in ihre Häuser zurückzugehen. Welche Maschinerie muss in deinem Hintergrund anlaufen, dass so ein Einsatz perfekt koordiniert werden kann? Okay, das ist jetzt eine gute Frage. Man spricht immer meistens nur von Search and Rescue. Das sind die Berger, das sind die Ärzte, die immer schnell erwähnt werden. Aber gerade das Wichtige, zum Beispiel das Informationslagezentrum, ELZ, das sind die, die im Hintergrund arbeiten, die das alles erst möglich machen. Und die müssen wir auch mal wirklich erwähnen. Und da von mir aus auch mal recht herzlichen Dank. Die machen die Tickets, die gucken, dass die Hunde reinkommen, dass die Hunde wieder rauskommen, dass man auch schnell wieder zurückkommt an die Familie, zu der Familie. Gab es auch mal Pausen oder haben Sie, ich glaube, neun Tage waren Sie da durchgearbeitet? Also das ist bei uns auch recht gut geregelt in der Isar. Es gibt immer ein Safety und Security, der passt auf alle auf. Der guckt, dass man während der Arbeit genügend trinkt, dass man alle fünf Monate wirklich einen Schluck zu sich nimmt. Der guckt, ob irgendwas rumliegt, dass wenn ein Aftershock kommt, ein Nachbeber, dass man schnellstmöglich da wieder rauskommt. Der kennzeichnet die Fläche, wo man rauskommt. Und der guckt auch, wenn man sieht, einer kann nicht mehr, dass man ihn auswechselt. Dann geht der eine zurück, legt sich hin, pennt eine Runde und die nächste kommt rein und arbeitet weiter. Wie wird man auf so einen Einsatz vorbereitet? Spätestens beim Abflug oder am Flughafen bekommt man Briefing. Das heißt, da wird man darauf vorbereitet, was ist in dem Land gerade los, gibt es da irgendwelche Ausschreitungen? Oder wie begrüßt man jemanden? Was haben die für religiöse Sitte? Solche Sachen wird mir da schon geschult. Fußholezeige ist so ein Punkt, wo man da unten gar nicht macht. Da kriegt man eben das große Briefing, damit man sich richtig verhält. Was war der emotionalste Moment für Sie? Ich denke, mit unter anderem war einfach, wenn unsere Dolmetscher oder unsere Fahrer, man muss ja dort immer irgendwie Auto organisieren mit Fahrern, wenn die nachher zu einem kommen und sagen, hey, danke, dass ihr da wart, super, dass ihr Golf habt. Ich denke, das ist mir richtig Freude an. Dass es auch dort noch Leute gibt, die wirklich sagen, danke, dass ihr da wart. Und ich denke, dass das ist. Untertitelung des ZDF, 2020